. Haben wir ja die letzten Jahre gesehen. Also das ist auch immer Sport. Salzburg-Käfer aus der Sammlung von Jürgen Stehr. Wie es damals in Österreich in den 70er Jahren in der Pannendienst aktiv ist. Und so ein Käfer war. Das ist Jörg Schuhheim mit Steffen Reitz, unsere Freunde aus der Bundesrepublik in Salzburg-Käfer. Alles Gute. Und die nächste Mannschaft aus dem wunderschönen, kommenden Süden. . 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020